Hallo, willkommen zur Syntax-Vorlesung. Wir sind in der neunten Woche. Es geht nochmal um einige Details von Nebensätzen. Der Überblick natürlich wie immer. Wir haben noch nicht über Relativsätze gesprochen. Zwar beim Aufbau der NP, ja, aber über den internen Aufbau von Relativsätzen wissen wir noch nichts. Und wir müssen dabei über die internen und externen Beziehungen des Relativelements sprechen. Das ist das Element, das den Relativsatz einleitet. Bei den Objektsätzen müssen wir uns noch darum kümmern, wie sie regiert werden und welche Stellung sie im Gesamtsatz, also in der Matrix, haben. Zum Schluss besprechen wir das Felder-Modell. Das ist eine alternative Beschreibung der deutschen Syntax, die nicht die gleiche Mächtigkeit hat wie der hier vorgestellte phrasenstrukturelle Ansatz, die aber nichtsdestotrotz sehr wichtig ist in Didaktik und teilweise auch Linguistik. Relativsätze. Was hat es damit auf sich? Das sind etwas andere Verbletztsätze. Es sind Verbletztsätze, so wie KPs zum Beispiel. Aber da ist etwas anders. Das Relativelement nämlich, und wir sehen gleich, was das ist, wird ganz nach links gestellt und das Verb bleibt rechts. Wir haben hier also eine Bewegungsoperation, aber das Relativelement wird bewegt, das Verb nicht. Das sieht dann so aus, einen Tofu, der mir nicht geschmeckt hat. Das ist der Relativsatz. Und wir bewegen das Relativpronomen in diesem Fall ganz nach links. Man könnte natürlich auch sagen, es wird bereits ganz links eingeordnet, sodass wir es nicht bewegen müssen. Da wir aber gleich sehen werden, dass sehr viele Dinge als Relativelement fungieren können, ist es nicht sinnvoll anzunehmen, dass diese alle dort am Anfang generiert werden, angesichts dessen, dass wir ansonsten in der Verbphrase sehr freie Konstituentenstellung haben. Das Schema sieht also so aus. Ein Relativsatz besteht aus einer bewegten Phrase, irgendeiner Phrase, wie wir gleich sehen werden. Und diese wurde bewegt aus der VP heraus. Ein Relativsatz ist also in dieser Analyse immer zweiteilig. Relativelement und Verbphrase mit der Spur drin. Was ist nun dieses Relativelement bzw. was sind seine Eigenschaften? Schauen wir es uns an. Die Bedeutung erhält es von dem Bezugssubstantiv. Dieser Relativsatz hier ist in der Matrix einen Tofu, der mir nicht geschmeckt hat, enthalten. Und was der bedeutet, wird von Tofu beigesteuert. Der und Tofu verweisen auf dasselbe Ding in der wirklichen Welt. Erinnern Sie sich an die konzeptuelle Unabhängigkeit. Wir könnten diesen Relativsatz zu einem unabhängigen Satz machen, wenn wir das Bezugssubstantiv, in diesem Fall Tofu, dazunehmen. Der Tofu hat mir nicht geschmeckt. Wir benötigen also nur zusätzlich das Bezugssubstantiv. Ansonsten enthält der Relativsatz alles, was wir für einen unabhängigen Satz brauchen. Genus und Numerus erhält das Relativelement durch eine Konkurrenzrelation mit dem Bezugssubstantiv. Schauen Sie, Tofu ist maskulin und singular. Deswegen lautet das Pronomen der. Wären es mehrere Tofus, die mir nicht geschmeckt haben, dann müsste das Relativelement, in diesem Fall ist es das Subjekt des Relativsatzes, mit dem Plural kongruieren. Genauso eine Orange, die mir nicht geschmeckt hat, wäre es ein Femininum, müsste auch das Relativpronomen ein Femininum sein. Jetzt habe ich eben schon gesagt, der, also das Relativpronomen, fungiert als Subjekt in diesem Relativsatz. Und das ist der Grund dafür, dass es im Nominativ steht. Der Kasus oder die Form im Allgemeinen wird also innerhalb des Relativsatzes verhandelt. Genus und Numerus werden in Kongruenz mit dem Bezugsnomen ausgehandelt. Deswegen sind Relativsätze in der Modellierung, in der syntaktischen Modellierung, anspruchsvoll. Dass der Kasus bzw. ähnliche Merkmale des Relativelements innerhalb des Relativsatzes verhandelt werden, sehen wir auch, wenn wir komplexe Einbettungen haben. Und zwar des Relativelements und das zeige ich Ihnen jetzt. Hier ist das Relativelement ein pränominaler Genitiv in einer Matrix-NP und zwar dessen. Und dessen wird mit seiner gesamten NP extrahiert aus der VP, die zusammen dann mit dem extrahierten Element den Relativsatz bildet. Wir haben hier also dessen eine eigene pränominale Genitiv-NP in der NP dessen Geschmack. Deswegen haben wir hier B und A, einfach nur um anzuzeigen, dass das hier der Kopf einer Matrix-NP ist, die diese NP enthält. Das ist so etwas wie des Kollegen Kinder, dessen Kinder. Das ist eine unabhängige NP, aber das ist die, die in Form des Relativpronomens hier auftritt. Und die kongruiert mit in Genus und Numerus, mit Tofu. Und der Kasus wird hier in der VP von dem Verb an diese NP vergeben, an Geschmack. Und dieser Kasus hier, der Genitiv, das ist eine Geschichte, die passiert nur innerhalb dieser NP. Das ist ziemlich komplex, unerwartet und sehr schwierig in der Modellierung. Sie werden aber zustimmen, dass es ein ganz normaler deutscher Satz ist. Beziehungsweise in dem Fall eine NP mit einem Relativsatz. Und damit kommen wir schon zu den Objektsätzen. Michelle weiß, dass die Corvette nicht anspringen wird. Michelle will wissen, wer die Corvette gewartet hat. Michelle will wissen, ob die Corvette gewartet wurde. Hier sehen Sie zwei verschiedene Arten von Objektsätzen. Nämlich einmal das Sätze. Michelle weiß, dass die Corvette nicht anspringen wird. Und hier sogenannte W-Sätze, die strukturiert sind wie Relativsätze. Michelle will wissen, wer die Corvette gewartet hat und ob die Corvette gewartet wurde. Wir sehen, dass Wissen sowohl solche W-Sätze als auch solche Das-Sätze einbettet. Das sind hier ganz normale Komplementsätze. Das hier sind W-Sätze oder auch eben eingebettete Fragesätze. Das sind völlig bedeutungsgleiche Begriffe. Interessant ist, dass wir Ob hier eigentlich wie ein W-Wort behandeln müssen. W-Wort kommt eigentlich daher, dass diese Wörter alle mit W beginnen. Diese Frage Pronomina. Ob ist da ein bisschen anders. Das ist eigentlich auch nur so ein Fragewort. Es beginnt aber zufällig im Deutschen mit einem O, nicht mit einem W. Im Englischen ist das zum Beispiel anders. Da müssen wir nicht diskutieren, ob weather ein WH-Wort ist. Ich habe auf der letzten Folie implizit angenommen, dass Wissen die Form der Objektsätze regiert. Wissen sagt, das darf entweder ein Das-Satz oder ein W-Satz sein. Jetzt gibt es bestimmte Alternationen, die wir uns anschauen können. Nämlich drei primäre Muster, wie einbettende Verben, Nebensätze regieren. Wir sehen hier behaupten. Michelle behauptet, dass die Corvette nicht anspringt. Michelle behauptet, wie oder ob die Corvette nicht anspringt. Das geht nicht. Verben wie behaupten regieren also nur den Das-Satz, den ganz normalen Komplementsatz. W-Sätze gehen nicht. Michelle untersucht, dass der Vergaser funktioniert. Das geht nicht. Michelle untersucht, wie oder ob der Vergaser funktioniert. Sehen Sie das, bei untersuchen geht der Das-Satz nicht. Dafür gehen die W-Sätze. Und es ist tatsächlich so, immer wenn echte W-Sätze möglich sind, also solche, die mit einem W-Pronomen beginnen, genau dann gehen auch Ob-Sätze. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, wie und ob und andere W-Wörter als eine Klasse zu behandeln. Wir kommen zu Hören. Michelle hört, dass die Nockenwelle läuft. Michelle hört, wie oder ob die Nockenwelle läuft. Hier geht beides. Wir sehen also drei Muster. Bei bestimmten Verben geht nur der Das-Satz, bei manchen nur der W-Satz, bei manchen geht beides. Und das deutet eben genau darauf hin, dass es sich um ein Rektionsphänomen handelt. Das heißt, das Verb im Matrix-Satz bestimmt, welcher Objektsatz stehen kann. Außerdem gilt, dass Das-Sätze oft mit einem Zu-Infinitiv alternieren. Dann haben wir so etwas wie Michelle glaubt, dass sie das Geräusch erkennt und Michelle glaubt, das Geräusch zu erkennen. Über diese Strukturen reden wir noch, über diese Infinitiv-Konstruktionen mit Zu. Auf jeden Fall sehen wir, es gibt neben nominalen Valenzphänomenen und Präpositionalobjekten eben auch valenzgebundene und regierte Nebensätze. Die Stellung von Adverbial- und Komplementsätzen verdient eine intensivere Betrachtung. Die Frage ist jetzt, wo stehen sie innerhalb der Matrix? Dass sie unseren Kuchen mag, hat Sarah uns eröffnet. Hier steht ein Das-Satz am Satzanfang im sogenannten Vorfeld. Sarah hat uns eröffnet, dass sie unseren Kuchen mag. Hier sehen wir, dass die VP ganz offensichtlich bei eröffnet zu Ende ist und danach steht der Das-Satz. Und was eigentlich nicht so richtig geht, ist Sarah hat uns, dass sie unseren Kuchen mag eröffnet. Innerhalb der VP an der Stelle, an der Objekte eigentlich auch ganz gut stehen können, nominale Objekte, kann der Das-Satz, also der Objektsatz, nicht wirklich stehen bleiben. Wir schauen uns auch Ob-Sätze, also W-Sätze letzten Endes an. Ob Pavel unseren Kuchen mag, haben wir uns oft gefragt. Wir haben uns oft gefragt, ob Pavel unseren Kuchen mag. Das ist dasselbe Muster. Wir haben uns, ob Pavel unseren Kuchen mag, oft gefragt. Auch hier sehen wir, in der VP, an der Stelle eines normalen, in Anführungsstrichen, Objekts, da hat es der Objektsatz schwer. Wer die Rosinen geklaut hat, wollen wir endlich wissen. Hier nochmal ein W-Satz mit W-Pronomen. Wir wollen endlich wissen, wer die Rosinen geklaut hat. Wir wollen, wer die Rosinen geklaut hat, endlich wissen. Das ist also in allen Fällen immer dasselbe. Komplementsätze in dieser Position sind nicht möglich. Sie müssen entweder an den Satzanfang gestellt werden oder ganz nach hinten hinter die VP. Wir haben fast immer Bewegung des Objektsatzes nach links in das sogenannte Vorfeld oder eine Rechtsversetzung hinter den Verbkomplex. Also eigentlich außerhalb der VP, aber rechts. Was heißt jetzt hier Rechtsversetzung? Ich habe gesagt, der wird einfach nach rechts versetzt. Es gibt ähnliche Strukturen, die wir bisher wenig beachtet haben, nämlich zum Beispiel Rechtsversetzung von PPs. Ich habe den Schrank zurückgebracht ins Wohnzimmer. Wir würden viel geben für den Frieden. Natürlich können wir auch sagen, wir würden für den Frieden viel geben. Aber das geht eben auch. Wir würden viel geben für den Frieden. Und Sie sehen, hier ist der Verbalkomplex und da ist die VP eigentlich zu Ende. Und danach kommt plötzlich eine PP. Die einfachste Modellierung hierfür, und die fehlt im Buch, es gibt eine Transferaufgabe dazu, ist eine Adjunktionsbewegung, könnte man sagen, rechts an die Phrase aus, der extrahiert wird. Hier ist es die VP. Das sähe dann so aus. Wir extrahieren aus der VP diese PP für den Frieden und hängen sie einfach an die VP oben dran. Diese VP wird einfach erweitert um eine PP, die extrahiert wurde. Und das können wir dann auch mit einem Nebensatz machen. Das sähe so aus. Der Nebensatz als Objekt kommt aus einer Position in der VP, in der Objekte stehen, und wird nach rechts bewegt als Adjunktion an die VP. Ich sagte es bereits, diese Strukturen werden im Buch nicht ausführlich besprochen. Aber ich glaube, es hilft, sich einmal vorgestellt zu haben, was da eigentlich passiert. Weiterhin gibt es bei Komplementsätzen, Objektsätzen, eine Besonderheit. Wir haben gesehen, Komplementsätze werden meistens aus der VP heraus bewegt. Wir können sie ganz normal ins Vorfeld, also an den Satzanfang extrahieren, oder nach rechts bewegen und an die VP anheften, adjungieren. An der Stelle der Spur kann dann optional ein Korrelat auftreten. Sie kennen solche Sätze. Sarah hat es uns eröffnet, dass sie unseren Kuchen mag. Wir haben es uns gefragt, ob Pavel unseren Kuchen mag. Wir wollen es wissen, wer die Rosinen geklaut hat. Das es ist das Korrelat. Es steht an der Stelle, von der eigentlich der Nebensatz extrahiert wurde. Und das geht nur, wenn wir den Nebensatz, den Objektsatz, nach rechts versetzen. Bei sogenannten Subjektsätzen gibt es ebenfalls Korrelate. Es hat uns gefreut, dass Sarah unseren Kuchen mochte. Uns hat es gefreut, dass Sarah unseren Kuchen mochte. Sie sehen, hier gibt es verschiedene Stellungsmöglichkeiten. Uns hat gefreut, dass Sarah unseren Kuchen mochte. Hier fehlt dann das Korrelat in Satz C. Sie sehen aber auch, dass wenn wir den Subjektsatz voranstellen, in das Vorfeld, dass Sarah unseren Kuchen mochte, hat es uns gefreut, das geht nicht. In diesem Fall wird der Satz gut, wenn wir das S weglassen. Dass Sarah unseren Kuchen mochte, hat uns gefreut. Was ist ein Subjektsatz? Nun, das ist ein Satz, ein Nebensatz, ein Das-Satz zum Beispiel, anstelle eines Subjekts. Es gibt nun auch Objektsätze, die Präpositionalobjekte vertreten. Also Objekte, die, wenn sie nominal wären, eben nicht als NP, sondern in einer PP eingebettet würden. Sie erinnern sich an Leiden unter Vorurteilen. Das ist genauso ein Fall eines Präpositionalobjekts. Hier sehen Sie zunächst die Konstruktion mit der normalen Präpositionalphrase. Ich weise auf den leckeren Kuchen hin. Dann hier die Version mit Korrelat. Ich weise darauf hin, dass der Kuchen lecker ist. Hier haben wir statt Kuchen, also einer nominalen Konstruktion, einen Objektsatz. Und wir können dieses Korrelat nicht weglassen. Ich weise hin, dass der Kuchen lecker ist. Hm, das geht nicht. Natürlich ist der Grund dafür, dass dieses sogenannte Pronominalobjekt die Präposition auf enthält. Und dadurch wird diese Präposition erst beigesteuert, die Hinweisen eigentlich regiert. Denn wir können sie ja schlecht vor den Nebensatz stellen. Vertritt ein Objektsatz also ein Präpositionalobjekt, so ist das Korrelat manchmal obligatorisch. Das hängt einfach vom Verb ab, wie in dem Fall Hinweisen auf. Das war schon alles, was ich Ihnen noch zu Nebensätzen mitgeben wollte. Wir kommen jetzt zum Feldermodell. Das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Das passt aber an dieser Stelle ganz gut, da wir jetzt alle Phänomene besprochen haben, die man im Feldermodell eben auch abbilden kann. Das topologische Satzmodell oder eben Feldermodell, es sieht vor, dass wir Sätze und Nebensätze in bestimmte Bereiche einteilen, in sogenannte Felder und die Satzklammer. Das Schema ist ganz allgemein so, dass wir ein Vorfeld haben, eine linke Klammer, ein Mittelfeld, eine rechte Klammer und ein Nachfeld. So weit, so offensichtlich. Es gibt dann gegebenenfalls noch weitere Felder, die man hinzuerfinden kann, wenn man sie braucht. Dieses Modell liefert angeblich eine vereinfachte Analyse deutscher Syntax. Sie haben ja gesehen, deutsche Syntax, wenn wir über Sätze reden, das ist schon nicht ohne. Und dieses Modell vereinfacht das Ganze angeblich. Es hat vor allem aber keine hierarchische Struktur. Es geht nur um eine topologische Anordnung, also eine Aufreihung von bestimmten Konstituenten. Es gibt keine hierarchische Struktur, wie zum Beispiel in der Phrasenstrukturanalyse. Es ist also nicht ordentlich rekursiv und das verursacht dann im konkreten Anwendungsfall immer wieder Probleme. Es führt bei komplexeren Sätzen sehr gern zu Nullpunkten in Klausuren, in meiner Erfahrung. Natürlich habe ich keine Erfahrung mit der schulischen Vermittlung, aber das Felder-Modell wird durchaus auch in Schulen unterrichtet. Schauen wir uns an, wie in bestimmten Satzstrukturen dieses Schema instanziiert wird. Das Bild hat Ischariot wahrscheinlich verkauft. Sie erinnern sich, solche Strukturen haben wir modelliert als Extraktion des Verbs, gefolgt von einer Extraktion irgendeiner Komponente an den Satzanfang. Das ist ein Verb-Zweitsatz. Im Felder-Modell sagen wir, das finite Verb, das bewegte, bildet die linke Satzklammer. Was auch immer vom Verbkomplex übrig geblieben ist, bildet die rechte Satzklammer. Und damit haben wir eine starr vorgegebene Struktur. Das ist ja auch so in deutschen unabhängigen Aussagesätzen, wo wir sagen können, okay, was vor der linken Satzklammer steht, ist das sogenannte Vorfeld und zwischen der linken und der rechten Satzklammer steht das Mittelfeld. Ich zeige Ihnen gleich noch, wie sich das abbilden lässt auf die Phrasenstrukturanalyse. In einem Das-Satz haben wir nun dasselbe Schema, aber es stehen andere Dinge in diesen Positionen. Die linke Satzklammer wird in solchen eingeleiteten Nebensätzen mit dem Komplementierer besetzt. Der Verbkomplex bildet die rechte Satzklammer und darin steht in diesem Fall eben dann auch das finite Verb, denn es ist ja ein Verbletztsatz. Und das Mittelfeld ist wieder alles zwischen dem Das in diesem Fall und dem Verbkomplex. In solchen Strukturen bleibt das Vorfeld leer. Man sieht also, das passt ganz gut zu deutschen Satzstrukturen. Wir schauen mal weiter. Im Ja-Nein-Fragesatz wird das Vorfeld wieder leer gelassen. In der linken Satzklammer steht, wie schon im Verb-Zweitsatz, das finite Verb. In der rechten Satzklammer die verbleibenden Verben des Verbkomplexes und dazwischen der gesamte Rest. Im Relativsatz oder im eingebetteten Fragesatz, also W-Satz, steht im Vorfeld das Relativpronomen. Die linke Satzklammer bleibt leer. Dann kommt der ganze Rest vor dem Verbalkomplex, in dem in diesem Fall auch wieder das finite Verb enthalten ist. Sie sehen, es lassen sich also alle Strukturen einordnen. Es gibt eine ausführliche Argumentation, warum das Relativpronomen zum Beispiel hier im Vorfeld und gerade nicht in der linken Satzklammer steht. Das müssen wir uns jetzt nicht anschauen, aber Sie wissen auch, dass in der Phrasenstrukturanalyse das zwei verschiedene Positionen bzw. Muster sind, die wir angenommen haben. Wenn wir Fälle haben, wie wir sie eben besprochen haben, wo ich gesagt habe, na gut, Objektsätze werden, wenn sie nicht ins Vorfeld gestellt werden, rechts an die VP angeklammert, also heraus extrahiert, das modellieren wir, indem wir ein Nachfeld annehmen, in das der Nebensatz gestellt wird. Sie sehen, wie ich schon sagte, wenn wir ein Feld mehr brauchen, können wir es einfach hinzufügen. Das ist aber auch nicht anders als in der Phrasenstrukturgrammatik, wo wir einen neuen Phrasentyp erfinden können, wenn wir ihn denn brauchen. Für Fälle, in denen vor dem Vorfeld noch etwas steht, wie zum Beispiel im Den-Satz, denn Ischariot hat ihm das Bild verkauft, haben wir ein sogenanntes Konnektorfeld oder Vorvorfeld. Denn, Sie sehen, das steht vor dem Vorfeld. Denn bettet Verbzweitsätze ein und ist deswegen anders als weil. Auch die Wortklasse müsste eine andere sein, zum Beispiel Konnektor. Das ist durchaus eine Wortklassenbezeichnung, die man hier gerne verwendet. Wir sehen also, wenn wir es auf die wesentlichen Satztypen herunterbringen, dann haben wir bei Verbzweitsätzen ein beliebiges Satzglied im Vorfeld, das finite Verb in der linken Klammer, die infiniten Verben und Verbpartikeln in der rechten Satzklammer. Der Rest der VP aus unserer Analyse landet im Mittelfeld, wie immer. Und bei Verb-Erst und Verb-Letzt-Sätzen wird einmal nur das finite Verb extrahiert, das Vorfeld bleibt leer, oder der Komplementierer besetzt die linke Klammer und das Vorfeld bleibt auch leer. Ich habe gesagt, man kann das ganz gut abbilden auf die Phrasenstrukturanalyse. Und das sehen wir hier. Sie sehen, unser dreigliedriger Satz mit irgendeiner extrahierten Phrase, dem extrahierten, finiten Verb und dann dem Rest der VP lässt sich wunderbar in Felder einteilen. Der Verbkomplex, was auch immer von ihm übrig ist, entspricht der rechten Satzklammer, das bewegte Verb der linken Satzklammer. Die extrahierte Phrase entspricht dem Vorfeld und der Rest der VP ist das Mittelfeld. Sie haben vielleicht durchgehört, dass ich diese Analyse nicht unbedingt zwingend finde und dass ich sie auch nicht unbedingt einfacher finde als eine Phrasenstrukturanalyse. Das hat vor allem den Grund, dass oft Felder leer bleiben und dann geht die Analyse oft daneben. Und wenn wir komplexe Sätze haben, wo Nebensätze in Matrix-Sätzen eingebettet sind, brauchen wir mehrere Felderanalysen. Dann entsteht im Vorfeld eine komplett neue Felderanalyse, wenn zum Beispiel ein Nebensatz dort steht. Es gibt von mir eine Reihe von Videos, die genau diese Probleme behandeln, kürzere Videos, und ich werde auch dazu noch neue, technisch bessere Videos hochladen. Wir nähern uns dem Ende der Vorlesung. Nächste Woche wird es gehen um Subjekte und Prädikate, ganz wichtige Themen in der Schulgrammatik. Ich werde argumentieren, dass wir zwar die Begriffe Subjekt und Prädikate verwenden können und auch leidlich genau definieren können, dass sie aber eigentlich nicht viel leisten in der Beschreibung unserer Grammatik, unserer Syntax, unserer Morphologie. Und ich hoffe, Sie sind genauso gespannt darauf wie ich. In diesem Sinne, bis nächste Woche. In diesem Sinne, bis nächste Woche.